So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, denn wie angekündigt wird es zur Abenteuerwoche auch direkt noch ein Video geben. Wir haben ja schon gehört, die Abenteuerwoche ist ja jetzt nicht so spektakulär dieses Jahr, sagen einige böse Zungen. Eigentlich war Abenteuerwoche immer das, worauf man sich am meisten gefreut hat, weil das immer fett und cool war mit Gesteins-Pokémon, Fossilzeug, viel EP. Okay, jetzt haben wir schon in der August-Übersicht gesehen, dass die Abenteuerwoche ja wohl sehr lang geht, in der Mitte noch eine Übernahme stattfindet und in ein Krypto-Raid-Wochenende mündet. Also, das klingt doch eigentlich fett. Steht aber jetzt alles schon in diesem Artikel oder geht es dann nur um die reine Abenteuerwoche, also den ersten Klotz, den wir gesehen haben. Bei der Abenteuerwoche in Pokémon Go ist euer Entdeckergeist gefragt. Wir sehen hier Balgoras, wir sehen Amarino, wir sehen hier eine Kaffeebohne und wir sehen da eine Muschel. Das war der Knabe, also Knabemalz. Also Ammonitas und Kabuto sind eigentlich alles coole Pokémon, oder? Muss man so sagen. Abenteuerwoche, Freitag, der 2. August, das ist dann somit auch das erste Event, was im August stattfindet, von 10 Uhr bis Montag, der 12. August, 23.59 Uhr. Doppelte EP für das Drehen von Pokestops. Fünffache EP für das allererste Drehen eines Pokestops. Also die mit diesem weißen Kringel drum, wenn ihr die noch, einen, den ihr noch nie gedreht habt und irgendwo rumrennt und ja. Doppelte Schlüpf EP, da geht's wieder um Eier. Erhöhte Chance. Schillernden Cognodon, das ist cool. Schilterus, GBL. Galapavloss, der sieht schön aus. Flatterix, da ist immer ein Vogel dabei. Balgoras, der Boss und Amarino, weiße, zu begegnen. Wilde Pokémon, die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Dicta, Ammonitas, Kabuto, Dummisel, Kießling, Rotomurf, Skoppel, mit etwas Glück könnt ihr sogar den folgenden Pokémon begegnen, Aerodactyl. Und das ist jetzt schon mal cool, weil ich habe ja gesagt, in der Zeit ist ja auch Mega Aerodactyl in den Mega Raids und ich bin gerade dabei, mein Aerodactyl irgendwie auf Level 50 zu ziehen. Jetzt erscheint das sogar wild, nicht in Mega Raids für die Mega Energie, dass ich es auch mal mega entwickeln kann, sondern sogar auch wild, dass man auch mal Bonbons halt machen kann, noch mehr Gelegenheiten hat. Dicta, Ammonitas, Kabuto, Dummisel, Kießling ist vielleicht ganz cool, Brokkolos und so, aber gibt es halt auch deutlich besseres. Ich glaube, Rotomurf ist wohl noch das interessanteste Pokémon hier, weil das eben auch Raid-technisch und in der GBL, was kann Skoppel, wenn die Leute es entwickeln und dann diesen dicken Hasen mit dem Bierfass auf dem Bauch für die GBL nutzen. Okay, also ich sehe immer viel GBL Relevantes. Aerodactyl natürlich eben als Mega Aerodactyl richtig cool. Das wird auf jeden Fall, mein Hauptaugenmerk wird auf Aerodactyl liegen. Kann auch alles shiny sein, genau. Was kommt aus den 7 Kilometer Eiern? Das heißt, ich habe schon wieder gar keine Chance da ranzukommen, weil ich immer den ganzen Tag irgendwas mache und dann abends mache ich schnell meine 40 Geschenke auf und da habe ich keinen Ei-Platz. Das heißt, ich habe nie die Gelegenheit, 7 Kilometer Eier aufzunehmen. Ihr schon. Denn ihr seht, ein Ei ist auf, ich reiße schnell ein Geschenk auf, ich gucke gar nicht. Och, Level ab, scheißegal, wird gelöscht. Hauptsache, ich habe das Ei. So spielt es sich ab. In den 7 Kilometer Eiern. Cognodon, genial. Schildarus, GBL. Galabaflos, Flapdarix, Balgoras, genial. Und Amarino, ach, ist der schön. Also irgendwie alles, was erhöht ist, sind die denn bescheuert, alles was erhöht ist an Shiny-Raden, haben sie schnell in die Eier reingepackt, damit ihr auch nicht in der Wildnis erhöht irgendwas Shiny-haftes finden könnt. Aber tolle Pokémon in den Eiern, das passt. Belohnungen für Feldforschungen, auch hier, am Ende kriegt ihr da, wenn ihr Pokestops dreht, Aufgaben kriegt, die erfüllt. Könnt ihr auch Dumaisel, Lildieb, Anorid, Cognodon, Schildarus, Kießling, Rotomurf, Galabaflos, Flapdarix, Skobbel, Balgoras, Amarino oder Mega-Energie für Aerodaktyle halten. Das andere sind Pokémon, da Energie. Ja, ich freue mich am meisten immer über die Wild-Spawns. Aber da ist ja nur Aerodaktyl für mich interessant jetzt, aber das ist ja auch dann nur selten. Aber ansonsten, die meisten Leute, die brüten trotzdem weiter, die freuen sich auf die Feldforschungsaufgaben, also so muss man es ja machen, da ist ja auch ordentlich was drin. Kostenpflichtige, befristete Forschung. Für zwei US-Dollar könnt ihr euch eine Forschung an den Hals binden, da gibt es am Ende zwei Brutmaschinen, eine super Brutmaschine und Begegnungen mit diversen Event-Pokémon. Ja, man soll viel brüten, deswegen gibt es insgesamt drei Brutmaschinen für zwei US-Dollar und noch ein paar Schnabbers. Also, muss man nicht. Ich finde irgendwas mit Raid-Pässen drin trotzdem immer noch am coolsten, die ich dann sammeln kann bei einem großen Event oder so zum Nutzen. Brutmaschinen sind für mich jetzt nicht so wichtig. Werdet ihr euch die Forschung holen? Ja, nein? Schreibt es in die Kommentare. Dann gibt es natürlich wieder Sammler-Herausforderungen, dass ihr das und das fangen müsst, das und das müsst ihr entwickeln. Früher war auch immer das und das müsst ihr tauschen, ist irgendwie gar nicht mehr mehr drin. Wenn ihr das meistert, begegnet ihr Pokémon, da haltet Staub sowie Mega-Energie schon wieder fürs Aero-Kack-Sprühl. Pokestop-Showcases natürlich auch wieder, die finden ja immer jetzt hier Samstag, Sonntag und dann Monat, Dienstag statt. Pokestop-Go-Webstore braucht man nicht und das war's, da steht gar nichts weiter dabei. Das heißt, die tun so, als wäre das ein bisschen schwaches Event, aber es kommt ja noch die Abenteuerwochenübernahme dann ab 8. August bis 12. mit Krypto-Wochenenden. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder ein extra Video kommen, das heißt, ihr müsst mich nochmal ertragen, aber ist ja nicht so schlimm, aber eigentlich eine angenehme, ruhige Stimme oder nicht oder was. Aber, ja, also ich werde versuchen, endlich mein Aerodactyl fertig zu kriegen, dass ich da noch endlich mal einen anderen Buddy nehmen kann und kann dann irgendwas anderes machen. Ansonsten war's das schon wieder. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verstehe jetzt, was die Leute meinen. Sonst habe ich da reingeguckt und gedacht, ja, da war halt auch alles neu und wurde als Shiny eingeführt. Es gibt ja nicht mal ein neues Shiny. Es gibt kein neues Pokémon, es gibt kein neues Shiny und an sich die Boni, die da sind, sind ja weniger als die, die sonst da waren, wenn du sonst 10-fache EP fürs Drehen von neuen Fotoscheiben bekommen hast. Und jetzt nur noch 5-fache EP bekommst, also das heißt, das Event bietet nichts Neues und speckt den Rest, den wir kennen, etwas ab. Aber egal. Manche freuen sich auf die Gesteins-Pokémon, da wieder eine Woche lang die ganze Zeit bam, bam, bam auf Dinojagd gehen. So, wie sieht's aus? Was sind eure Ziele? Schreibt's rein. Peace out for out. Euer Ramses.